3, 2, 1 Los! Hier muss man mit dem rechten Cursor halt einstellen, wie man schießen wird. 4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 8, 10 8, 11